Servus liebe Trader, in den letzten Wochen konnten wir bereits beobachten, dass Trendfolgetrades wieder besser funktionieren. Wir haben seit Ende der letzten Woche auch stark steigende Indizes, Impulse haben bekanntlich die schwächer als erwartet ausfallenden Verbraucherpreise geliefert und gerade auch in den USA kann man beobachten, dass vor allem Leader Stocks, also Aktien, die vor den Indizes auf neue Hochs ziehen, favorisiert werden und somit auch gute Chancen für neue Breakout Trades liefern. Heute möchte ich euch anhand des Neo-Dava-Screenings zeigen, wie ihr solche Aktien wie Supermicrocomputer finden könnt. Ich habe hier den Chart mal groß aufgemacht, eine Aktie, die hier zu den absoluten Bullen am US-Markt derzeit immer noch zählt, eine Neubewertungsphase eingeleitet hat, einer der weltweit führenden Serverhersteller, der profitiert von Trends wie dem Ausbau von Rechenzentren, der Einführung der 5G-Technologie und ihr seht es auch hier, immer wieder gibt es Prognoseanhebungen, besser als erwartete Quartalszahlen, wie zuletzt auch Anfang November, da hat Northland das Analystenhaus auch nochmal gesagt, für uns ein Top-Pick mit Kursziel 165 Dollar outperformen, also der Aktie wird immer noch von dem Niveau, wo wir jetzt gerade sind, mehr als ein Verdoppelungspotenzial zugetraut, die Bewertung ist attraktiv und jetzt bewegt sich die Aktie auch wieder Richtung Allzeithoch, nachdem sie eine kurze Verschnaufpause gegeben hat. Finden können wir solche Aktien sehr gut mit unserer Screener-Software Aktien Rankings, die mit dem Morningstar Datenpaket genutzt werden kann, ich lasse mich einfach mal dorthin verlinken und dort haben wir zum Beispiel dann auch vorgefertigt das Template nach Neo Davos, das sich bezieht auf den Trendfolgetrader Nikolas Davos, der eigentlich ungarischer Tänzer war, aber auch eine Strategie entwickelt hat, bei der er gezielt auf Aktien gesetzt hat, die steigen und wo eben nur kurze Konsolidierung die Aufwärtsbewegung unterbrechen, also so wie es auch bei Supermicro gerade der Fall ist, Aktien ziehen regelmäßig auf neue Hochs und bieten immer wieder neue Einstiegsmöglichkeiten. Ich habe dieses Screening jetzt mal ausgewählt, ich mache das Template nochmal kurz auf, ihr seht nämlich dann hier immer sofort auch eine Beschreibung, wie setzt sich dieses Screening auch zusammen, da wird nochmal drauf eingegangen, also berücksichtigt werden hier zum Beispiel jetzt nur Aktien, die in den letzten 20 Handelstagen ein neues 52 Wochen hoch markiert haben und aber auch schon vom Halbjahrestief zumindest 70% zulegen konnten. Das heißt, wir finden hier keine Aktien, die am Boden liegen, sondern Aktien, die bereits relative Stärke gezeigt haben gegenüber den Indizes in Aufwärtstrends drinnen sind und jetzt das Potenzial haben, mit einem neuen Breakout auch die Aufwärtsbewegung noch einmal zu beschleunigen. Wenn Aktien dann zum Beispiel innerhalb dieser 20 Handelstage kein neues hoch generieren konnten, fliegen sie aus diesem Screening raus und werden dann auch nicht mehr berücksichtigt. Genau, jetzt klicke ich einfach mal auf Template laden und auf Scannen. Standardmäßig wird hier das Universum mit den 2000 Volumen stärksten US-Aktien berücksichtigt. Hier sehen wir schon, 2000 Aktien sind das, davon haben 194 vom Halbjahrestief 70% oder mehr zulegen können und 51 dieser Titel wiederum sind dann auf neue Hochs in den letzten 20 Handelstagen auch ausgebrochen. Wir haben da auch Aktien, nicht nur drauf, wie gerade die erwähnte Supermicrocomputer, sondern wir sehen zum Beispiel auch sehr spannend eine Digi International. Ich mache da auch mal den Chart kurz auf, indem ich einfach hier auf den Namen der Aktien nochmal draufklicke. Dann komme ich nämlich nochmal zum Trading Desk. Das ist auch eine sehr spannende Story, dass hier eigentlich Software-as-a-Service-Einnahmen die wiederkehrenden Erlöse steigern können. Die sind bekanntlich auch höher marschig. Und ja, Digi International kümmert sich allerdings vor allem um die Vernetzung der Industrie. Also ist ein IoT-Spezialist, der hilft, verschiedene Sensoren zu integrieren, um dann zum Beispiel Kühlketten zu überwachen in Lebensmittelgeschäften, Apotheken, Laboratorien und so weiter. Oder auch zum Beispiel Werbeplakate digitale zu vernetzen miteinander, Geldautomaten, große Netzwerke zu schaffen. Und vor allem die jährlich wiederkehrenden Einnahmen konnten im letzten Quartal wieder um 164% gesteigert werden. Hier wirkt sich auch die Übernahme von Ventus positiv aus, immer noch. Drum diese hohe Wachstumszahl. Aber auch da besteht jetzt durchaus die Chance, hier diese Aufwärtsbewegung nochmal weiter zu beschleunigen. Wir sehen schon in den letzten Monaten auch immer wieder besser als erwartete Quartalszahlen relative Stärke zu sehen. Abwärtsbewegungen der Indizes werden nicht mitgemacht. Und jetzt, wo sich die Stimmung an den Märkten aufhält, ziehen diese Titel sofort immer auch weiter mit nach oben durch. Weitere Informationen zu den Aktien habt ihr hier immer auch in der Übersicht. Wie sieht es da mit dem geometrischen Umsatzwachstum aus? Wie stabil ist das Umsatzwachstum? Gewinnwachstum? Dann gibt es hier entsprechend einen Gesamtscore auf der Seite. Anhand dieses Scores erfolgt dann auch die Reihenfolge. Also in absteigender Reihenfolge werden uns die besten Aktien angezeigt. Wir finden zum Beispiel auch Elf Beauty hat auch nochmal angezogen. Nach den Quartalszahlen ist bei den Teenagern vor allem die beliebteste Make-up-Marke weiterhin. Kann jetzt auch den Vorteil ausspielen der Niedrigpreisstrategie. Man hat zwar die Preise angehoben, ist aber im Branchenschnitt mit dem Make-up mit 5 Dollar. Immer noch unter dem Konkurrenzschnitt von etwa 9 Dollar. Man gewinnt weitere Marktanteile und das schneller als die größten Konkurrenten Maybelline und L'Oreal. Und da läuft es auch weiterhin sehr gut. MedPace Holdings zum Beispiel. Auch sehr schöne Pivotal Base, die hier ausgebildet wird nach den Quartalszahlen. Ein Auftragsforschungsinstitut, das zum Beispiel Biotech- und Pharmafirmen dabei unterstützt, klinische Studien durchzuführen, Produkte auf den Markt zu bringen. Möglichst rasch und kostengünstig. Auch da könnte die Konsolidierung in den nächsten Tagen wieder nach oben aufgelöst werden. Aktien notiert auch am Allzeit hoch. Und so könnt ihr da einfach durchgehen und sehr viele spannende Setups finden, wo es eben immer wieder nach dem Neo-Dawas-Prinzip kurze Konsolidierungen gibt, die dann auch wieder beim Ausbruch neue Breakout-Chancen bieten. Transmatics zum Beispiel, ein Kandidat noch. Auch da eine Konsolidierung am Hoch. Wenn es über die 60-Dollar-Marke geht, gibt es auch hier wieder charttechnisch grünes Licht für neue Trendfolge-Trades. Wenn euch eine Aktie genauer interessiert, das ist der Vorteil des Morningstar-Datenpakets, dann könnt ihr zum Beispiel auch einfach bei Supermicrocomputer auf die Ease in der Aktie draufklicken, kommt dann sofort zum Aktienterminal. Und da sehen wir auch, dass die Bewertung mit einem KGV von gerade mal etwas über 8 sehr attraktiv ist, vor allem angesichts der hohen Wachstumsraten. Im letzten Quartal ist der Umsatz wieder um 80% gestiegen. Der Gewinn je Aktie lag mit 3,42 Dollar, fast einen ganzen Dollar über den Analystenschätzungen und auch ein 10 Milliarden Umsatzplan bzw. sogar 20 Milliarden Dollar Umsatzplan wurde bereits vom Management ausgerufen. Also hier gibt es wirklich die Chance auf eine Neubewertung. Keine Garantie für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung, aber aktuell einer der absoluten Bullen am US-Markt, was man hier sehr gut identifizieren kann. Die Aktie schneidet auch bei unseren Scoring-Systemen sehr gut ab. Wachstums-Check zum Beispiel zeigt auf mit der Höchstpunktzahl, dass der Titel zu den aktuell besten Growth Stocks am US-Markt zählt. Auch bei der Qualität gibt es 12 von 15 möglichen Punkten. Also hier insgesamt nach diesen Ratings auch eine sehr interessante Aktie. Alles was ihr benötigt, um dieses Screening auch selbst durchführen zu können, ist wie gesagt das Morningstar Datenpaket. Alle Informationen zu den Produkten findet ihr wie immer auf TraderFox Home und dort am besten einfach zu den Applikationen gehen. Dort gibt es nochmal die Info TraderFox Morningstar Datenpaket. Ihr habt hier alle Informationen zum Aktienterminal, Aktienrankings. Ich verlinke euch aber noch einige weitere Anleitungsvideos, die dazu passen, in der Beschreibung des Videos. Ich wünsche euch dann viel Spaß beim Screenen und viel Erfolg mit euren Trades.